Apples Vision Pro ist kürzlich auf den Markt gekommen und ein cleverer Programmierer hat bereits eine geniale Anwendung dafür entwickelt. Er hat eine App erschaffen, die das Staubsaugen in ein Spiel verwandelt. Mit dieser App kann man genau sehen, welche Bereiche man noch saugen muss, sodass keine Stelle mehr übersehen wird. So wird die Wohnung kaum noch dreckig sein. Würdet ihr diese App benutzen?